Hallo zusammen, herzlich willkommen in einem weiteren Video von uns und Hanuman at home. Das ist unsere Feelgoodflow und zwar ist die Abfolge oder die Sequenz von diesem Video basierend auf eurem Feedback, das ihr uns gegeben habt, die ihr uns Posen genannt habt, die für euch wichtig sind, die zu einem Feelgoodflow dazugehören und eure Lieblingsposen. Wir haben versucht, diese in eine sinnvolle Abfolge zusammenzubringen und werden jetzt die Sequenz für euch auf diesem Video präsentieren. Es ist natürlich so, dass für jeden Feelgood oder Wohlfühlen etwas anderes bedeutet. Das heisst, wir werden in diesem Video viele Optionen geben, viele Varianten und ihr passet Positionen an oder wählt auch die Variationen der Posen, die ihr braucht, damit ihr euch gut fühlt. Damit es dann am Schluss ein schön abgerundeter Ganzkörper Feelgoodflow ist. Genau. Wir beginnen an auf dem Rücken liegen. Neumann hat sich den Fisch gewünscht. Das heisst, wir beginnen an mit dem unterstützten Fisch. Ihr könnt, so wie es Kim gerade vorgezeigt, die beiden Blöcke platzieren. Mit der Höhe müsst ihr schauen. Kim hat jetzt die mittlere Höhe für den Blöcke gewählt. Wenn ihr keine Blöcke zu Hause nehmt, nehmt sonst ein Buch, den ihr platzieren könnt. Der erste Blöcke kommt unten bei der Spitze von den Schulterblättern hin. Und der zweite Blöcke ist für den Kopf. Ihr müsst etwas ausprobieren, für die richtige Lage zu finden, dass es bequem ist. Die Beine sind jetzt nach vorne ausgestreckt. Wenn ihr die Füsse auf der Matte aufstellen möchtet, ist das auch eine Option. Wenn ihr gerne einen Hüftöffner einbauen möchtet, dann nehmt ihr Fusssohle auf Fusssohle, nehmt die Füsse ein wenig weg von euch und lasst die Knie nach raus fallen. Die Arme könnt ihr links und rechts vom Oberkörper einfach ablegen. Und dann könnt ihr einen Moment eure Augen stiessen. Bevor wir uns jetzt anfangen zu bewegen, bevor wir irgendetwas machen, nehmt euch einen Moment zum Ankommen von eurer Matte, zum Ankommen bei euch. Die Einladung für diese Stunde ist wirklich zu praktizieren mit dieser Intention, dass die Praxis heute euch einfach so gut tun soll. Passe jetzt wirklich so an, dass ihr euch das rausnehmen könnt, was ihr braucht, wenn sich etwas nicht gut anfühlt, das entweder anpasst oder auslässt. Also die innere Haltung, die ihr jetzt mitbringt auf die Matte, dass ihr wirklich versucht, euch dort gegenüber freundlich zu bleiben. und wirklich den Fokus auf, es soll einfach ein Wohlgefühl sein, dort auf den Fokus legen. Und dann langsam anfangen, eure Atmung etwas zu vertiefen. Und wechseln zu einer kontrollierten Atmung. Und versuche diese Atmung während der ganzen Praxis beizubehalten. Begleiter, der euch durch die ganze Asana-Praxis heute. Wenn ihr merkt, den Atem habt ihr verloren, sind sie zurückgefallen in euren Alltagsatmen, nicht schlimm. Dann könnt ihr euch einfach wieder verbinden und zurückfinden zu diesen ungefähr 3-5 Sekunden für eine Einatmung und etwa 3-5 Sekunden für eine Ausatmung. Ich gebe noch einen kurzen Moment hier liegen. Und dann behaltet ihr den Atem tief, aber für eine langsam Art Unterarm bitte in den Boden zu stossen, den Oberkörper der Blöcke wegzulüpfen. Legt die Blöcke einfach auf die Seite. Und dann findet ihr nochmal kurzen Moment auf dem Rücken liegend die Position auf der Matte. Genau. Nehmt die Arme auf Schulterhöhe, nehmt die Knie zur Brust und legt dann für einen Moment einfach die Knie ab auf die rechte Seite. und legt dann in eine erste Rotation auf dem Rücken liegend. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die rechte Hand auf die Aussenseite vom linken Bein ablegen. Und auch hier einfach nochmal einen Moment bleiben und tief atmen. Nehmt dann die Knie zurück in die Mitte mit der Einatmung und legen sie dann mit der Ausatmung ab auf die linke Seite. Und auch hier bleibt ihr. Einen Moment. Dann kommen wir zurück in die Mitte. Wir treffen uns als nächstes in einem Vierfüßchen. Ihr könnt wählen, könnt über die Seite hochkommen oder wie das Kind macht über die Mitte rollen. Nehmt die Knie unter eure Hüften. Wenn ihr eine Decke oder eine Tüche habt, könnt ihr das nehmen. Falls ihr es unter die Knie stellen wollt, könnt ihr die Finger gut aufwächern, die Handgelenke unter den Schultern platzieren. Und dann gehen wir einfach simpel einfach in ein paar Runden eine Cat Cow. Mit der Ausatmung stosset ihr euch weg und kommt in ein Katzenbuckeli. Und mit der Einatmung findet ihr eine Kuhrücken. Macht es in eurem Tempo. Schaut, dass ihr eine Bauchspannung behalten könnt. Dass ihr den unteren Bauch fein nach hinein zieht. Und dann bewegen ihr einfach die Wirbelsäule ein Wirbel nach dem anderen durch, bewegen. Die Wirbelsäule durch, wandern. Und das versuchen schön zu koordinieren mit der Atmung. Dass ihr langsam ein bisschen eintunen könnt in euer Tempo. Sehr gut. Nach dem nächsten Einatmung könnt ihr dann einfach in eine neutrale Wirbelsäule wiederkommen. Haltet jetzt das Becken, wo es ist. Nehmt die Hände etwas breiter. So ungefähr breit wie die Matte. Und lauft dann nach vorne ins Anahatasana. Läuft das Brustbein langsam absinken Richtung Boden. Dann könnt ihr die Stirn abstellen. Dann fächern die Finger auf. Wir wollen schon eine Aktivierung in unsere Arme bringen. Den unteren Bauch zieht ihr immer noch nach hinein. Wir haben jetzt die König abgestellt. Und für die, die etwas mehr wollen, auch diese Variante wählen. Wenn ihr merkt, es ist zu intensiv, könnt ihr die Knie auch weiter vorne nehmen. Ein bisschen Intensität rausnehmen. Die, die etwas mehr wollen, laufen mit den Knie noch weiter nach hinten. Die Sitzbeinhöcker ziehen etwas nach hinten und hoch. Und dann fängt ihr langsam an. Einfach den Oberkörper auch seitlich bei den Rippenbogen Zeit geben, um länger zu werden und sich öffnen. Immer noch unterstützt durch die tiefe Atmung. Gut. Läuft euch dann etwas weg vom Boden und krabbelt etwas über nach rechts. Wir bleiben immer noch in dieser Form, in diesem Anahatasana. Aber bauen noch eine Sideband ein. Läuft mit beiden Händen über nach rechts. Vielleicht lauft ihr mit der linken Hand noch etwas weiter über. Und je nachdem stellt ihr jetzt den Kopf auch gar nicht mehr wirklich ab. Wenn das sich jetzt unangenehm anfühlt. Aber einfach, dass ihr auf der linken Seite vom Oberkörper eine feine Öffnung könnt finden. Gut. Dann kommen wir wieder auf die Fingerspitze und krabbel zurück in die Mitte und gehen auf die zweite Seite. Hier einen Moment. Zuerst ein wenig weg von euch laufen und dann über nach links krabbeln. Genau. Und jetzt der rechten Seite erlauben, dass wir dort Platz schaffen können zwischen den rechten Rippenbogen. Gut. Krabbeln dann wieder zurück in die Mitte. Nehmt dann eure Hände zurück. Haltet etwas weiter vorne an die Schultern an. Stellt eure Füsse auf. Läuft die Knie weg. Und kommen in euren ersten Hund, der gegenüber bewegt. Macht das, was ihr gerne macht. Der erste Hund. Einerseits ist er häufig so etwas steif und fühlt sich noch nicht so richtig geschmeidig an. Und andererseits ist es so ein schöner Moment. Der erste Hund. Gerade wenn wir jetzt vielleicht auch viel sitzen oder ihr daheim gerade so etwas im Home Office steckt, kann der erste Hund auch so ein richtiger Wohlfühlmoment sein, wo wir einfach Länge in den Körper bringen können. Bewegung in den Körper bringen. Und auch wenn ihr jetzt einfach in der Stille bleiben wollen und dem Körper Zeit geben wollen, dort langsam Öffnung zu finden, ist auch das möglich. Ihr kennt die Varianten, die ihr machen könnt. Great. Und dann bleibt ihr in der Stille immer noch die Finger gut aufgefächert. Schaut, dass ihr die Arme aktivieren könnt, dass ihr euch wegstossen von der Matte. Die Füsse sind hüftbreit. Und wenn ihr jetzt die Fersen weglüpfen wollt, sie müssen nicht am Boden kommen, fokussiert nicht zu fest auf die Fersen, wo ihr auf die Matte kommen wollt. Ihr könnt auch die Knie beugen. Was ihr probieren wollt, ist die Sitzbeihöcker hinteren und hochziehen. Unterstützt das, dass ihr einerseits den Bauch ein bisschen reinzieht und dann die Sitzbeihöcker hinteren und hochziehen. Genau, so wie es Kim schön demonstriert, die ganze Rücken, die ganze Wirbelsäule lang ist und ihr Platz könnt zwischen den einzelnen Wirbeln schaffen. Schön. Jule, das ist für dich der Down Dog. Schön. Kommen wir die Türen ins hohe Brett mit der Einatmung. Wir gehen durch das erste Vinyasa. Ausatmen, absenken, mit oder ohne Knie. Die Ellböge nach am Oberkörper. Zeichen nach hinten ablegen. Einsatmen in die erste Kobra. Ausatmen, zurückschieben in den Hund, der gegenüber schaut. Wir machen das nochmal so. Ohne Stress. Einsatmen, hoch das Brett. Ausatmen, absenken. Bauchnabel drinnen behalten. Einsatmen, Kobra. Ausatmen, Hund, der gegenüber schaut. Schön. In der nächsten Einatmung sind das rechte Bein hoch zur Decke. Ausatmen, den Fuss vorne stellen zwischen die Hände. Fussgelenk greifen, falls sie stecken bleiben und nachhelfen. Hüftbreit stehen. Einsatmen, balancieren. Krieger 1. Beugen dann gleich den linken Ellbogen. Heben den linken Ellbogen mit der rechten Hand. Mit der Einatmung findet ihr nochmal Länge. Findet Stabilität in den Beinen. Und dann mit der Ausatmung lehnt ihr überall nach rechts. Vorderen Fuss gut in den Boden stossen. Die Innenkanten des Fusses. Vorderen Knie zeigt gerade nach vorne. Könnt ihr auch fein etwas Druck geben bei dem Ellbogen. Damit ihr die Öffnung auf der linken Seite noch etwas unterstützt könnt. Mit der Einatmung kommen wir zurück in die Mitte. Streckt beide Arme wieder offen. Ausatmen, Twist nach rechts. Hände auf Schulterhöhe nehmen. Auch hier einen Moment bleiben. Nehmt hier nochmal eine Einatmung. Mit der Ausatmung führen wir die Hände vor das Herz in Gebetsstellung. Und gleich den linken Ellbogen aussen ans rechte Knie. Lange Linie von der hinteren Fersen bis zum Scheitel des Kopf. Nehmen hier nochmal eine Einatmung. Führen den Blick zum rechten Fuss. Und mit der Ausatmung stellen den linken Fuss neben der rechten Fuss in einen rotierten Stuhl. Entweder die Füsse zusammen oder Hüfte breit. Atmen ein, kommen in den Stuhl. Mitte. Beide Arme aufziehen. Das Gewicht ist in den Fersen. Ausatmen in der Rotation nach links. Rechte Ellbogen aussen am linken Knie. Schön. Einsatmen in den Stuhl. Ausatmen, abtauchen in eine Kopf-Knie-Position. Schön. Einsatmen den rechten Fuss weit nach Kinder stellen. Länge finden. Ausatmen, Hund, der gegen den Abend schaut. Schön. Einsatmen ins hohe Brett. Ausatmen, absenken. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Hund, der gegen den Abend schaut. Einatmen, ziehen gerade das linke Bein hoch. Ausatmen, den Fuss vorne stellen zwischen den Händen, Fussgelenk unter dem Knie. Einatmen, hochkommen in euren balancierenden Kriegen ein. Stabilität in den Beinen finden. Beugen dann mit der Ausatmung den rechten Ellbogen. Griffe dann. Findet hier noch einmal Länge mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung lehnet ihr über nach links in eine Side-Bend. Und auch hier bleibt ihr einen Moment. Schickt den Atem bewusst zwischen den rechten Rippenbogen. Das vordere Knie bleibt gerade nach vorne ausgerichtet. Kommt mit der nächsten Einatmung zurück in die Mitte. Strecken beide Arme hoch. Und mit der Ausatmung kommen dann in eine Rotation nach links mit den Armen auf die Schulterhöhe. Atmet ein. Und mit der Ausatmung die Hände vor das Herz nehmen. Und dann gleich den rechten Ellbogen aussen am linken Knie platzieren. Noch einmal Länge finden von der hinteren Fersen bis zum Scheitel. Atmet ein. Schickt runter zum linken Fuss. Und mit der Ausatmung stellen dann den rechten Fuss nach vorne. Schön. Ja und das ist dein Stuhl, der rotiert ist. Einatmen zurück in die Mitte. Ich komme beide Arme hochziehen. Ausatmen. Twists nach rechts. Auch hier die Länge behalten in der Wirbelsäule. Das Gewicht eher etwas hinteren setzen. Gut. Einatmen. Stuhl. Ausatmen. Kopf, Knie, Position Uttanasana. Einatmen. Den linken Fuss weit hinteren stellen auf die Matte. Ausatmen. Hund, der gegenüber schaut. Bei den zukünftigen Vinyasas könnt ihr wählen, ob ihr ganz absenken wollt und eine Kobra machen wollt. Wenn für euch wohl viel Flow oder Feel-good-Flow bedeutet. Ich möchte ein wenig Chaturangas und Updogs machen. Klar. Auch das. Wählt eure Varianten. Ich werde die Kobra unterrichten. Schauen. Führe zwischen die Hände. Beugen und Beine. Ausatmen. Führe laufen oder springen. Fingerspitzen bleiben am Boden. Einatmen. Lange Wirbelsäule. Ausatmen. Lösen. Einatmen. Aufstehen. Arme über die Seite hochziehen. Zu der Decke. Ausatmen. Bergposition. Tadasana. Schön. Ein bisschen Fluss. Einatmen. Arme hochziehen. Ausatmen. Abtauchen. Kopf, Knie. Einsatmen. Länge finden in der Wirbelsäule. Die Hände jetzt flach abstellen. Bauch drinnen, falls ihr springt. Ausatmen. Laufen. Oder springen. Gerade absenken. Halber den ganzen Weg. Einsatmen. Eure Backband. Aussatmen. Hund. Wogegenabend schaut. Einsatmen. Kommt vorne ins hohe Brett. Bringt eure Füsse zusammen. Rollt jetzt auf die Aussenkante vom linken Fuss. Mit der Einatmung ziehen wir den rechten Arm. Hauf zu der Decke in die schiefe Ebene. Mit der Ausatmung ziehen wir den Arm am Ohr entlang nach vorne. Schickt das Becken jetzt hoch. Dann könnt ihr die unteren Finger, die unteren Hand gut im Boden stossen. Stossen euch weg von der Matte. Auch hier. Ihr wählt eure Varianten. Anja, du hast dir das gewünscht. Du kannst jetzt selber wählen, was du machen möchtest. Wenn es intensiv ist, könnt ihr das unteren Knie abstellen. Die, die mehr wollen, nehmen das oberen Bein und Luft. Gut. Moment, noch hier bleiben. Dann hier noch einmal einatmen. Ausatmen treffen uns im hohen Brett. Rollt auf die Aussenkante vom rechten Fuss. Mit der Einatmung ziehen wir den linken Arm hoch. Bleibt einen Moment hier. Macht es zu eurem wohlfühlschiefen Brett. Wenn es ein wohlfühlschiefes Brett gibt. Mit eurer Variante. Es sollte euch nicht weh machen im Handgelenk oder in den Schultern. Sonst müsst ihr euch jetzt anpassen. Es wird weniger anstrengend, wenn ihr richtig gut arbeitet mit dem ganzen Körper. Und euch wegstossen, eure Beine anspannen. Der Bauch schafft und der Atem fließt. Gut. Ausatmen ein. Ausatmen treffen uns im hohen Brett. Die Füsse wieder so platzieren, dass es stimmt. Die Hüftbreit nehmen. Noch einmal eine Einatmung. Ausatmen zurück schieben. Hund. Einatmen zu gegen nach oben. Einatmen. 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 Wieder vorne laufen oder springen. Einatmen. Einatmen. Lange Wirbelsäulen. Ausatmen. Lesen. Einatmen. Einatmen. Aufstehen. Umarme die Seite offen ziehen. Ausatmen. Bergposition. Gut. Nehmt das gewicht auf den rechten Bein. Lehmt die linke Fersen zum Gesässe. und heben das Fussgelenk oder Fussrücken mit einer oder mit beiden Händen. Schaut mal, dass das unteren Knie eher in der Körpermittellinie bleibt, damit es nicht so fest nach außen zieht. Das Knie möchte nach unten, Richtung Boden. Vielleicht, wenn ihr eure Hüftknochen, die beiden vorderen knochigen Teile, etwas aufziehen und nach vorne zieht. Den Bauchnabel zieht ihr nach unten und das Knie zieht immer noch nach unten. Dann solltet ihr eine Dehnung spüren vorne am linken Oberschenkel. Und jetzt nur für einen Moment, lasst ihr den Fuss los, nehmt die Hände vor das Herz in die Gebetsstellung und der Fuss bleibt möglichst noch beim Gesessen. Das hat jetzt häufig nicht viel mit Wohlfühl zu tun. Vielleicht gibt es auch einen Krampf hinten. Wir bleiben noch einen kurzen Moment. Und dann mit der nächsten Einatmung ziehen wir das Knie offen zu der Brust. Yes! Stosset gut in den rechten Fuss, aktiviert das rechte Gesessen. Und jetzt, ihr kennt es ja, bei uns in der Stunde sind häufig der Ninja-Übergang. Dreht langsam eure Brust überdrehen nach links. Vielleicht dreht das Knie auch nach links über. Dann beugt das Standbein sanft und fängt dann an. Nach hinten strecken, bis ihr in einem Krieger 2 landet. Oder wir machen es alle so schön in die Zeitlupe, wie es mir jetzt gerade vorgezeigt hat. Genau, wir landen in einem Krieger 2. Nein, der ist für dich. Das Vorderknie zeigt gerade nach vorne. Die hintere Zechen vielleicht etwas nach vorne ein drehen. Schaut aus der Aussenkante vom hinteren Fuss auf. In die Matte stossen. Den Bauchnabel zieht ihr rein. Die Schultern weg von den Ohren. Und eure Arme sind richtig gut aktiv. Schön. Rechte Handfläche drehen wir dann nach oben. Mit der nächsten Einatmung lehnt ihr hinteren in einen umgekehrten Krieger, der sich der Jan gewünscht hat. Das Vorderknie fällt nicht nach hinein. Und auch hier schaut nochmal, dass ihr wirklich einen Platz schaffen können zwischen den rechten Rippenbögen. Wir machen viele, viele Sidebands und viele seitliche Öffnungen führen auch dazu, dass wir uns gut fühlen, dass wir wieder das Gefühl haben von mehr Platz und der Atem wieder besser fliessen können. Janik? Ah, die Annik hat sich das auch gewünscht. Okay. Alright. Dann lehnt immer noch nach hinten. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wir beginnen langsam als Vorderbein strecken. Aber immer noch hinten lehnen, hinten lehnen, hinten lehnen. Und dann mit der Ausatmung kommen wir ins Dreieck. Trikonasana für unsere liebe Clivia, die das am liebsten macht. Ihr könnt dann den hinteren Fuss ein wenig nach vorne nehmen, falls der Abstand zu gross ist. Ihr wählt auch hier eine Variante mit dem unteren Arm. Der Schinnbein ist fein. Und sonst, wenn ihr Block oder Boden wählt, auch in Ordnung. Aber wir versuchen heute alle, den oberen Arm auch einmal entlangführend zu ziehen. Dass wir nochmal die seitliche Öffnung finden können, jetzt auf der linken Seite. Brust will zur Decke. Sehr schön. Weiter atmen. Beide Füsse stossen gut in den Boden. Und eure Beine sind fest am Schaffen. Okay. Nehmt dann den oberen Arm wieder hoch zur Decke. Führen den Blick zum Boden. Und beginnt mal das Vorderbein sanft beugen. Gut. Jetzt das Gewicht ein wenig zuvor verlagern. Wir gehen in Halbmund als nächstes. Steht auf das rechte Bein. Nehmt den Block unter die rechte Hand. Nehmt das linke Bein in die Luft. Alles als erstes aufspannen. Monse, das ist dein Halbmund. Bauchnabel drinnen und das Brustbein auf verdrehen zu der Decke. Jetzt könnt ihr hier bleiben. Wenn es sich für euch gut anfühlt, könnt ihr das oberen Bein beugen. Und ähnlich wie wir es vorher im Stob gemacht haben. Zuerst einmal die Fersen zum Gesass ziehen. Und dann, wenn ihr ein wenig mehr Rückbeuge in die Wände reinbringen, könnt ihr jetzt auch den Fuss in die Hand stossen und eher eine Backband finden. Und dann das Buschbein nach vorne anheben. Das Knie vielleicht nach hinten ziehen. Die Schultern öffnen. Der untere Fuss stosst immer noch gut im Boden. Sehr schön. Weiterschluss. Lernt dann das los. Nehmt nochmal eine Einatmung. Spannet euch auf. Macht euch gross gross gross. Standbein beugen. Und dann wieder sanft landen im Krieger 2. That's it. Okay. Ankommen. Ausrichten. Vor den Knie abchecken. Dann die rechte Hand wieder rauf drehen. Einschnaufen. Umgekehrten Krieger. Und dann mit der Ausatmung gehen wir in rotierten Winkel. Wir stellen die linke Hand ab. Linke Fersen gerade wegdrehen. Rechte Arm rauf. Jetzt zur Decke. Und dann nehmen wir auch hier, of course, den Arm am Ohr entlang nach vorne. Sehr gut. Die liebe Emanuelle hat sich den rotierten Winkel gewünscht. Hier auch nochmal eine lange Linie von der hinteren Fersen bis zur vorderen Fingerspitze. Das Herz will rauf zu der Decke. Schauen, dass die rechte Hüfte nicht zu fest nach raus poppt, sondern ziehen sich nach hinten und rein. Die reichen aber dafür die Brusten noch weiter rauf. Sehr gut. Okay. Wir strecken den oberen Arm mit der Einatmung rauf zu der Decke. Und mit der Ausatmung schliessen wir ganz unkompliziert nach vorne in der Kopf-Knie-Position. Einatmen lange Wirbelsäule. Ausatmen lösen. Einatmen. Dann kommen wir nochmal in den Stuhl. Die Beine beugen. Auch rauf ziehen. Ausatmen. Twist nach rechts. Einatmen. Stuhl. Ausatmen. Einatmen. In den Stuhl. Ausatmen. Aufstehen. Aufstehen. Bergposition. Tadasana. Schön. Zweite Seite. Bringen das Gewicht nach links. Ziehen die rechte Fersen. Zuerst einmal zum rechten Gesäss. Heben den Fuss mit einer Hand. Das Knie zieht nach unten und ist in der Körper-Mittellinie. Gleichzeitig ziehen die Hüftknochen ein bisschen nach oben und führen. Dann solltet ihr eine Dehnung spüren. Vorne am rechten Oberschenkel. Wenn es euch weh macht im rechten Knie, dann nehmen die Intensität aus und passen an. Sollt euch nicht einen Zug geben im Knie. Sollt vorne beim Oberschenkel dehnen. Okay. Dann verlassen wir kurz die Wohlfühlzone und bauen etwas Kraft aus. Nehmen die Hände vor das Herz in Gebetsstellung und geben uns selbst ein Kick ins Fuddy. Ziehen die Fersen offen zum Gesäss. Noch etwas mehr, noch etwas mehr. Wahrscheinlich gibt es einen Krampf, aber das Gute ist, nach ein paar Atemzügen geht der Krampf meistens ein wenig weg. Er wird etwas schlimmer. Stossen den linken Fuss. Noch einen kurzen Moment. Und dann einschnaufen und ziehen das rechte Knie hoch zur Brust. Richtig gut aufziehen, richtig gut in die linke Gesäss nochmal anspannen. Und dann langsam anfangen zur rechten Seite aufzudrehen. Das Knie überziehen, die Brust überziehen. Das Standbein etwas beugen, die Ärmungen öffnen und dann in die Zeitlupe ninja mässig landen. In unserem Krieger 2. Ausrichten in der Pose. Auch die im Moment wirklich setzen lassen. Die Pose einnehmen. Kraft spüren im ganzen Körper. Auch die Verwurzelung in den Beinen. Und das Einerseits nach A bestossen in die Matte. Und durch das aber auch aufwachsen. Und leicht ziehen oben durch. Die Fingerspitzen ziehen dann weg voneinander. Und der Atem ist immer noch sanft und am Fliessen kontrolliert. Unterstützend. Die Linke Handfläche hoch drehen. Einatmen. Umgekehrt. Der Krieger stossen in die Füße. Ziehen das linke Knie über. Nach links. Dass das nicht nach hinten fällt. Sehr schön. Okay. Richtig die Öffnung auf der linken Seite spüren. Und wir lehnen weiter zurück. Ziehen weiter zurück mit der Fingerspitze. Und strecken dann langsam das linke Bein. Noch etwas zurücklehnen. Einsatmen. Ausatmen. Dreieck. Trikonasana. Linke Hand auf dem Schinbein. Block oder Boden. Zuerst einen Moment einfach den rechten Arm hoch strecken zur Decke. Und schauen, dass ihr die Rotation in der Brustwirbelsäule finden könnt. Und dann mit der Ausatmung ziehen wir den oberen Arm im Ohr entlang nach vorne. Ohne dass ihr die Öffnung in der Brust verliert. Immer noch twisten. Und dann aber auch noch die seitliche Beugung dazu nehmen. Die Aussenkante vom hinteren Fuss stossen du gut in den Boden. Und von dort aus über die ganze Seite bis zu den Fingerspitzen füren. Öffnung finden. Sehr gut. Ziehen dann den oberen Arm wieder hoch zu der Decke. Führen den Blick zum Boden. Beugen das vordere Bein. Bringen das Gewicht langsam füren ins linke Bein. Hopsen fliegt zu füren. Gut. Und wir finden unseren Halbmond. Adacandrasana auf dem linken Bein. Zuerst hier alles auseinanderziehen. Aufmachen. Auch diese Pose, die sich so gut anfühlen kann. Wir schaffen Raum und unseren ganzen Körper aufwächern. Wenn ihr bleiben wollt, bleibt ihr. Sonst beugen ihr das oberen Bein. Greifen das Fussgelenk. Zuerst die Fersen wieder zum Gesäss ziehen. Und dann stossen ihr den Fuss in die Hand. Und die Knie nach hinten ziehen. Die Brust noch mehr Wölbe nach vorne. Damit ihr so ein Backbend-Feeling auf dem linken Bein stehen könnt. Sehr gut. Und auch hier denkt ihr an, nie Schmerzen. Anstrengende Ess-Schmerzen auch. Immer noch mit dieser Wohlfühlhaltung praktizieren. Lernt dann den Fuss los. Streckt euch noch einmal auseinander. Beugt das Standbein. Und mit der Ausatmung kommt ihr wieder zurück in eure Knie. Die linke Handfläche noch einmal aufdrehen. Zurücklehnen. Einatmen. Und mit der Ausatmung in rotierten Winkeln. Die hintere Fersen drehen die gerade weg. Schön. Und dann zuerst den Arm zur Decke. Aufdrehen mit der Brust. Und dann mit der Ausatmung ziehen wir den linken Arm im Ohr entlang nach vorne. Und versuchen auch hier wieder die Öffnung zu finden. Von der hinteren Fersen bis zu den Fingerspitzen führen. Die Brust will hoch. Und das linke Gesäss, unsere Gesäss ziehen wir ein bisschen nach hinten und nach rechts. Schön. Und jetzt mit dem Ausatmung gehen wir zurück in einen Hund, der gegen den Arm schaut. Ein bisschen anders als vorhin. Genau. Gehen durch eine Vinyasa. Einatmen, kommen vorne ins hohe Brett. Ausatmen, halb oder ganz absenken. Einatmen, Kobra oder Abtag. Ausatmen, Hund, der gegen den Arm schaut. Und dann bleiben wir einen kurzen Moment im Hund. Und dann checken wir euch noch einmal mit der Atmung verbinden. Und auch hier schön die Momente vorzunehmen, ob sich vielleicht schon etwas verändert hat. Rein körperlich fühlt sich der Hund schon etwas anders an als der Erste, den wir gemacht haben. Und vielleicht merkt ihr auch sonst auf anderen Ebenen eine Veränderung. Ein bisschen mehr Fokus aufbauen können. Wenn die Energie langsam in den Fluss kommt. Sanfte ein, nehmen dann das rechte Bein hoch zur Deckung. Und mit dem Ausatmen führen das rechte Knie zum rechten Oberarm. Bringt die Schultern über die Hand. Jetzt aktivieren das Hinterbein richtig gut und berühren den kurzen Moment vorne, falls es geht. Gut. Einatmen, Down Dog Split. Wieder hindern und hochziehen. Und mit dem Ausatmen stellen den rechten Fuss vorne zwischen den Händen. Gut. Wir stellen das linke Knie ab auf der Matte. Ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, einen Deckel drunter nehmen oder einen Tuch. Oder einfach so wie es die Kim macht, das Mette doppelt falten. Gut. Nehmen jetzt die Arme oder den Oberkörper hoch. Nehmen wir einen Adlerarm. Nehmen die Arme auf Schulterhöhe. Mit der Ausatmung führen wir den rechten Arm über den linken. Und dann bringt ihr entweder die Handflächen aufeinander. Vielleicht kann es Kim kurz zeigen, wenn das nicht geht, könnt ihr die Hand und den Rücken aufeinander nehmen. Genau. Ist auch eine Variante. Oder die Schultern heben. Genau. Eure Wohlfühlvariante. Alright. Jetzt den Bauch gut reinziehen. Das linke Gesäß anspannen. Und fängt jetzt langsam an, eure Ellbögen etwas nach oben zu führen. Das Becken etwas absenken nach vorne. Aber immer noch die Bauchspannung behalten. Und je mehr ihr quasi in die Rückbeugung geht, desto mehr arbeitet ihr auch mit eurem Zentrum, mit eurem Bauch und mit eurem linken Gesäß. Und nicht in eurer Rücken zieht. Und jetzt auch überprüft in dieser Pose. Kann ich noch atmen? Ist es noch eine Wohlfühlpose? Es ist eine intensive Pose. Falls es zu viel ist, nehmen die Intensität raus. Jetzt bleiben hier noch für einen Einatmen. Und mit der Ausatmung kommen langsam aus dem Backbend raus. Nehmen die Becken wieder etwas hinteren. Lösen die Adelärm. Stellen den hinteren Fuss auf. Wir kommen im Balancieren und kriegen eins mit der Einatmung. Sehr gut. Die Arme wieder hochführen. Richtung Decke. Den Ohren entlang. Alright. Wir gehen tanzen für dich Paula. Nehmen mal den rechten Arm nach vorne auf die Schulterhöhe. Vielleicht könnt ihr jetzt das Mudra machen mit Zeigefinger und Daumen. Wir führen das Gewicht wieder in das rechte Bein. Stehen auf das rechte Bein. Und nehmen dann die linke Hand zum linken Fussgelenk. Hinteren. In einer Tanzvariante. Genau. Okay. Oberkörper etwas nach vorne beugen. Die linke Knie weg vom Herz ziehen. Nach hinten. Und jetzt wie wir es vorher im Halbmond gemacht haben. Nehmen wir den Fuss und stossen den etwas in die linke Hand hinein. Das linke Knie bleibt in der Mittellinie vom Körper. Es zieht nicht zu fest nach links raus. Der Bauchnabel immer noch drin. Und dann hier im Moment bleiben. Fokus aufbauen. Balancieren. Okay. Bleibt konzentriert. Bleibt ruhig. Löset jetzt einfach den rechten Fuss. Und wir finden von hier direkt einen Kriegerdrehen. Jan, auch das ist eines von deinen Auswahlen. Das Herz anheben in eine Kobra. Der hintere Fuss stosst nach hinten. Wie eine imaginäre Rückwand. Die linke Hüfte senkt ihr etwas ab. Während ihr die rechte nach hinten ziehen. Bauch drinnen. Yes. Schön. Gut. Hier noch eine Einatmung. Und dann mit der Ausatmung stellen wir den linken Fuss wieder weit hinten ab. Nehmen die Hände zur Hüfte und strecken das vorderen Bein. Yes. Okay. Die Füsse so platzieren, dass ihr beide Füsse abstellen könnt. Das heisst der hintere Fuss muss ein wenig weiter nach vorne. Damit ihr den Fersen abstellen könnt. Und die Zehchen vom linken Fuss zeigen auch nach vorne. Und versuchen das Brustbein gerade nach vorne auszurichten. Genau. Wir gehen ins rotierte Dreieck. Was sich die Manuela gewünscht hat. Nehmt mal die Arme hoch. Okay. Und dann auf Schulterhöhe und dreht über nach rechts. Wir haben es vorhin schon gemacht. Genau. Wir haben es vorher gemacht. Im balancierenden Krieger 1. Jetzt bleiben in der Rotation. Stossen beide Füsse in den Boden. Aktiviert beide Beine. Und zieht die rechte Hüfte etwas nach hinten. Findet die Länge in der Wirbelsäule mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung lehnt ihr langsam nach vorne und runter. Und stellt die linke Hand jetzt entweder aussen an den rechten Fuss. Ihr könnt auch die Hand auf einen Block drauf tun. Es ist fast besser als das Schienbein. Und zeigt, dass ihr die Hand flach in etwas rein stossen könnt. Jetzt beide Füsse und die linke Hand. Die stossen flach in den Boden oder auf den Block. Von dort aus dreht ihr aufrichtig die Decke. Die rechte Hüfte zieht ihr nach hinten. Yes. Und die Wirbelsäule ist lang. Sehr gut. Okay. Nehmt hier noch eine tiefe Einatmung. Mit der Ausatmung stellt ihr beide Hände auf den Boden. Beugt das vordere Bein. Jetzt lüpft ihr die hintere Fersen weg. Und ihr geht direkt in den Down Dog Split. Mit dem rechten Bein in der Luft. Vielleicht müsst ihr den linken Fuss jetzt etwas zurück hopsen. Okay. Es geht nicht auf unsere Kosten. Ihr habt euch das gewünscht. Down Dog Split mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung rechts, Knie, linken Oberarm. Wenn ich einen Rockstar wollte. Jetzt könnt ihr entweder das rechte Bein ausstrecken. Und den linken Arm mal hochziehen. So. Absolut fein wenn ihr jetzt hier bleibt. Eure Rockstar so rockig geniessen. Eine weitere Variante wäre. Wenn ihr den vordere Fuss weglüpfen vom Boden. Maria wollte noch den Fuss griffen. Vielleicht hebt ihr die Aussenkante vom rechten Fuss. Und schaut unter dem rechten Arm unten durch. In die vorgeschrittene Variante von dem Rockstar. Gut in die Hand stossen. Weitere Atmen. Weiter Atmen. Pfannen zu halten. Gut. Lösen sie dann. Stellen die linke Hand wieder ab. Rechts Bein hinteren und hochziehen. Und jetzt noch für die Unswild Thing. Wenn die, die das rechte Bein beugen. Fuss hinten abstellen. Jetzt die rechte Hand lösen. Begis Herz. Alles aufziehen für eine Einatmung. Und dann mit der Ausatmung treffen wir uns im hohen Brett. Und senken uns ab. Auf den Bauch. Okay, macht einen kurzen Moment Pause. End oder Stirn. Pause. Begis von links nach rechts. Gut überprüfen, ob ihr noch im Wohlfühlmodus praktiziert. Die ganzen Sachen, wie gesagt, ihr könnt es auslassen. Ihr könnt jederzeit auch einfach im Down-Dark bleiben. Die zweite Seite. Wüsst ihr jetzt schon, was kommt. Soll sich für euch richtig anfühlen. Nehmt die Hände unter die Schulter. Kommt mit der Einatmung in eine Cobra zuerst noch. Yes. Noch einmal anheben. Gut. Und dann ausatmen. Zurückschieben. In den Hund, der gegen den Arm legt. Second Side. Links Bein. Atmen ein. Bein beugen. Hüfte öffnen. Ausatmen. Linke Knie. Linken Oberarm. Aktiviert das Hinterbein. Versucht mal zu berühren. Wir brauchen das nachher auch noch. Könnt ihr schon mal roten, was kommt. Einsatmen. Down-Dogs. Blitz. Linken Bein hinteren und hoch. Ausatmen. Stellen den Fuss dann führen. Zwischen die Hände. Vielleicht müsst ihr jetzt wieder das Mettchen falten. Wir stellen das rechte Knie ab. Anjinyasana. Genau. Arm auf Schultern. Mit der Einatmung. Mit der Ausatmung. Mit den linken Arm. Diesmal oben durch. Wir gehen stufenweise. Ziehen sie durch den Bauch hinein. Spannet das rechte Gesäße an. Dann beginnt ihr langsam an. Die Ellböge heben. In eine Rückbeuge zu gehen. Und das Becken sanft absenken. Mehr und mehr Richtung Boden. Je mehr absenken, desto mehr heben ihr oben. Als würdet ihr das Herz aus eurem Becken rauslüpfen. Ohne dass es euch in den unteren Rücken zieht. Jetzt. Ihr könnt immer noch atmen. Und ihr seid immer noch in eurem Wohlfühl-Flow drin. Remember. Bein aktiv. Okay. Noch eine Einatmung. Und dann lösen die Backband mit der Ausatmung. Lösen eure Arme. Stellen den hinteren Fuss auf. Vielleicht nehmt ihr den vorderen Fuss etwas zurück. Und kommen mit der Einatmung hoch. im balancierenden Krieger 1. Wenn ihr eure Füsse anpassen müsst, macht das jetzt. Damit ihr wieder einen stabilen Stand haben könnt. Nehmt dann den linken Arm auf die Schulterhöhe nach vorne. Mit einer Mudra. Bringt das Gewicht ins linke Bein. Mit der Ausatmung stehen ihr auf. Greift euer rechte Fussgelenk. Von der Innenseite des Fuss. Wenn ihr mehr Schulteröffnung wollt. Und findet eure Tänzervariante. Natarajasana. Das rechte Knie nicht zu fest nach raus fallen lassen. Ja. Genau. Bleiben auf dem linken Bein stehen. Lösen aber den Fuss. Strecken das rechte Bein nach hinten aus. Und senken den Oberkörper parallel zum Boden ab. In unseren Krieger 3. Die Armvariante erkennt ihr auch hier. Könnt ihr wählen. Die strengste Variante ist, wenn ihr die Arme den Ohren entlang nach vorne ziehen würdet. Versucht aber Länge auch wieder hier zu finden. Von der hinteren Fersen bis zum Scheitel. Und sind die linke Hüfte ein bisschen hinteren. Den linken Fuss stehst gut im Boden. Und das Herz hebt ihr fein an. Das würde ihr eine kleine Kobra machen. Nehmen hier nochmal eine Einatmung. Und mit der Ausatmung stellen ihr den rechten Fuss wieder weit hinten ab. Und kommt hoch mit den Armen. So weit hinten muss es zwar gar nicht sein. Weil wir strecken gerade das vordere Bein. Und stellen den Fuss etwas weiter vorne. Damit ihr die Fersen abstellen könnt. Gut. Bevor wir weiter gehen. Tischertrichten. Und die linke Hüfte ein bisschen hinteren ziehen. Gut. Arm auf die Schulter hoch hinein. Und drehen nach links. Nehmen hier nochmal eine Einatmung. Bevor ihr geht. Beine aktivieren. Füsse gut in den Boden stossen. Die linke Hüfte zurückschieben. Länge. Und dann ausatmen. Senkt euch ab ins rotierte Dreieck. Die Hand. Könnt ihr sie auch innen abstellen. Aussen am linken Fuss. Auf dem Block oder auf dem Boden. Vielleicht müsst ihr jetzt auch der hintere Fuss noch etwas weiter nach vorne nehmen. Oder noch etwas breiter stehen. Die linke Hüfte müsst ihr gut hinteren ziehen. Das Herz hoch drehen zu der Decke. Der Blick muss nicht nach oben gehen. Der Nacken ist einfach in Verlängerung der Wirbelsäule. Ihr wollt immer noch atmen können. Das rotierte Dreieck. Führt dann den Blick langsam zum Boden. Beugen das vordere Bein. Mit der Ausatmung stellt ihr beide Hände wieder ab. Den hintere Fuss etwas zurücknehmen. Und dann das linke Bein schwuppdiwupp. Hinteren und oben. Direkt in Down-Dog-Split. Alright. Und dann ein Ausstubelingsknie. Rechte Oberarm. Diesmal streckt das Bein aus. Und rocket wie ihr möchtet. Entweder mit dem Fuss am Boden. Vielleicht eine Backband finden. So wie es Kim jetzt gerade macht. Vielleicht könnt ihr auch eher in die Kraft hineingehen. Und eine Armbalance daraus machen. Vielleicht könnt ihr sogar den Fuss greifen. Und unten durchschauen. Und auch nochmal die Seite öffnen. Platz machen. Eure Variante, die ihr heute braucht. Es ist für jeden unterschiedlich. Okay. Löset dann den Fuss. Stellt die rechte Hand ab. Down-Dog-Split. Hinteren und oben. Das Bein beugen. Hüfte öffnen. Wenn ihr wollt. Den linken Fuss jetzt hinten abstellen. Wir gehen in eine Wild Thing. Stossen euch weg von der Matte. Auch das optional. Und dann ausatmen. Treffen wir uns im hohen Brett. Nehmt nochmal eine Einatmung. Ausatmen. Absenken. Machen das Vinyasa. Fertig. Und dann kommt in einen Hund, der gegen den Abend schaut. Okay. Sehr gut. Juhu. Das ist es. Schön. Schaut vorne zwischen die Hände. Beugen eure Beine. Und dann ausatmen. Füren laufen oder springen. Gut. Lange Wirbelsäule einsatmen. Ausatmen. Nehmt die Füsse etwas breiter. Wir gehen noch in eine Rotation. Nach den vielen Rückbeugen. Beugen jetzt mal das linke Bein etwas. Und die linke Hand unter die Brust nehmen. In die Mitte. Vielleicht nehmt ihr auch einen Block darunter. Und zieht den rechten Arm über die Seite hoch. Jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, die rechte Hüfte noch etwas mehr nach hinein ziehen. Und nach links. Genau. Und die Länge in der Wirbelsäule behalten. Nehmt nochmal eine Einatmung. Und dann mit der Ausatmung tüscheln wir das Ganze gerade aus. Beugen das rechte Bein. Nehmt den linken Arm hoch. Die linke Hüfte vielleicht nach hinten und rechts ziehen. Okay. Und dann ausatmen. Auch das lösen. Nehmt die Füsse jetzt etwas breiter. Und dreht die Zähne nach außen. Beugen eure Beine. Dann können wir uns mal Lassana. Wenn das nicht geht mit den Fersen am Boden, könnt ihr eine Decke oder ein Tuch unter die Fersen drunter nehmen. Wenn es euch weh macht in den Knien, nehmen wir einen Block. Jetzt probieren wir mal die Oberarme noch etwas weiter runter zu führen. Genau. Und dann die beiden Innenseiten der Knie stossen fein gegen die Oberarme. Und die Oberarme geben Widerstand gegen die Knie. Damit wir so eine aktive Variante von dieser Pose haben. Besuchen wir eine Länge zu finden in der Wirbelsäule. Und die beiden Hüfte absenken. Schau nach unten. Gut. Okay. Könnt ihr hier bleiben. Noelle und Anina, ihr müsst. Grow. Wir haben es euch gewünscht. Hände abstellen. Schulter breit. Finger gut aufwächern. Könnt ihr dann die Füsse zusammennehmen. Die Beine beugen. Die Knie öffnen. Und die Knie wieder aussen an den Oberarme wieder anpressen. Wir haben es schon im Down Dog geübt. Die Füsse zusammenziehen. Weglüpfen vom Boden. Und die Fersen offen ziehen zum Gesäß. Der Blick geht nach vorne. Ihr müsst ein wenig nach vorne lehnen. Beugen eure Ellbögen. Gut in die Finger stossen. Damit ihr euch bremset. Und jetzt eure Variante. Entweder einfach wieder landen. Oder ihr geht durch das Vinyasa. Macht eure Wohlfühlteile fertig. Wir treffen uns im Hund, der gegen den Abend schaut. Sehr schön. Alright. Laufen dann einen Moment nach hinten zu euren Füssen. Dann die Handgelenke ausstretchen. Nachdem wir sie doch auch immer wieder fest belasten. Das ist dann Vinyasa-Yoga. Ihr könnt die Beine ein wenig beugen. Und dann stehen ihr auf eure Hände drauf. Genau. Nehmt die Hände, die Handsohle, unter die Fusssohle. Genau. Und dann mit gebeugten oder gestreckten Beinen überhaupt keine Rolle. Die Handgelenke ausstretchen. Ihr könnt mal probieren, wie es sich anfühlt, wenn ihr Gewicht in die Füsse, in die Zehen hineingeht. Natürlich nicht so, dass ihr die Füren kippen würdet. Sonst wäre blöd. Aber einfach, dass ihr einen leichten Zug verspürt. Bei den Handgelenken auch hier. Das sollte nicht schmerzhaft sein. Die Zehen berühren die Handgelenke. Es wäre so, als würdet ihr den Puls messen mit euren Zehen. Richtig auf die ganzen Hände draufstehen. Wenn das nicht geht, müsst ihr einfach die Beine noch mehr beugen. Den unteren Bauch zieht ihr immer noch ein bisschen rein. Und der Nacken, die Schultern, das Gesicht, das entspannt. Okay. Löset das auf. Krabbelt wieder nach vorne in euren Hunden, der gegenüberliegt. Schön. Steht die Beine beugen. Schaut nach vorne und laufen oder springen nach vorne. Gut. Einstunden langen Wirbelsäulen. Ausatmen, lösen. Einstunden aufstehen. Der Arm über die Seite hochzieht zur Decke. Ausatmen, gerade wieder abtauchen. Kopf-Knie-Position. Einstunden langen Wirbelsäulen. Ausatmen, über das hohe Brett absenken. Auf den Bauch halb oder ganz absenken. Gehen. Und ihr wisst, wie es geht. Halbsignassa. Äh, fertig machen. Sorry. Wir treffen uns im Mund und gegen den Arbeli. Okay. Rechtsbein aufziehen. Einsatmen. Ausatmen, stellen den Fuss wieder nach vorne. Okay. Und jetzt krabbelt gerade über nach links. Und dreht eure Zehchen zum langen Ende der Matte. Zehchen zeigen gerade nach vorne. Vielleicht ein bisschen nach hinten. Nehmt die Hände unter die Schultern. Vielleicht wollt ihr auch einen Block drunter nehmen. Findet Länge in der Wirbelsäule mit der Einatmung und mit der Ausatmung. Lösen und kommen in die Kretschte Vorbeuge. Prasarita Padatonasana. Traditionellerweise sind die Hände und die Füsse auf der gleichen Höhe. Wenn ihr eine andere Variante wollt, wie zum Beispiel die Fussgelenk heben oder hinten rauslaufen mit den Fingern ist das auch möglich. Die, die jetzt schon nicht wieder stehen können, in einen Tripod zu gehen, dürfen das natürlich machen. Schaut, dass die Ellbögen nach hinein ziehen. Genau. Und sonst bleibt ihr einfach in der Vorbeuge. Schaut auch, dass ihr den unteren Bauch schön nach hinein ziehen könnt. Dass ihr den unteren Rücken schützen könnt. Bein ein bisschen beugen. Das ist auch eine Variante, wenn es zu intensiv ist. Der Atem ist immer noch tief. Das Gesicht immer noch entspannt. Die, die im Tripod sind oder im Kopfstand sind, können wieder sanft landen. Sabrina, hast du nachher nochmal die Möglichkeit für einen Kopfstand. Falls du das jetzt nicht gemacht hast. Dann heben wir das Brustbein nochmal an und beginnen mit den Händen vorne laufen. Als würdet ihr mit dem Oberkörper einen Hund machen, der gegen den Arm schaut. Die Beine bleiben, wie sie sind, aber die Hände und der Oberkörper sind wie dem Hund, der gegen den Arm schaut. Schön. Jetzt nehmt ihr die linke Hand und greift mal zum rechten Fussgelenk. Und zieht euch bitte zu dem rechten Fussgelenk an. Den linken Arm beugen. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Aber stellt euch vor, dass ihr bei der linken Seite der Rippenbögel rausstossen könnt. Damit ihr auch dort nochmal Platz machen könnt. Auf der ganzen linken Seite. Gleichzeitig findet ihr auch auf der ganzen rechten Seite viel Platz. Die rechten Fingerspitzen stossen im Boden. Dann lösen wir das Fussgelenk. Wir drehen uns wieder an den vorderen Mattenrand. Beugen das vorderen Bein. Alle 10 Zeichen richtet ihr nach vorne aus. Und wir kommen von hier aus jetzt in halbem oder in ganzem Spagat. Katharina hat sich noch einen Hanumanasana gewünscht. Ihr könnt eure Blöcke nehmen. Ihr könnt auch hier wieder das Deckel nehmen oder die Mattenfalten fürs hintere Knie. Vielleicht läuft ihr das Becken über das hintere Knie. Ihr könnt das vorderen Bein strecken. Das ist die Variante wo Kim jetzt gerade drin ist. Das ist absolut ok. Oder wenn ihr weiter gehen wollt. Dann krabbeln ihr mit dem rechten Fuss nach vorne. Und langsam das Becken absenken. Ihr könnt die Blöcke unter die Hände nehmen. Und dann ein bisschen Gewicht abgeben. In die Arme oder in die Blöcke. Es wird nicht bei allen so aussehen wie bei Kim. Und es wird nicht bei allen eine Wohlfühlpose sein. Geht so weit, bis ihr eine Dehnung spüren. Aber nicht so weit, dass ihr das Gefühl habt. Es verrisst euch fast eure Beine. Oder es ist jetzt einfach nicht mehr gut was ich mache. Denkt an das Thema. Es soll eine für euch wohltuende Praxis sein. Geht langsam raus. Bringt langsam Gewicht wieder in eure Hände. Und führt das rechte Bein nach hinten. Stellt den linken Fuss auf. Und kommt in eine Down-Dogs-Blitz. Yes. Vielleicht wollen ihr das oberen Bein so etwas ausschütteln. Genau. Und dann mit der Ausatmung. Kommt ihr in eine Pigeon. Nehmt das rechte Knie nach vorne. Richtung rechts Handgelenk. Und beugt das vorderen Bein. Setzt euch auf die Matte. Ihr könnt jetzt überlehnen. Auf die rechte Seite. Versucht den rechten Fuss zu flexen. Was immer hilft ist der rechte Unterschenkel und der rechte Oberschenkel viel in die Matte zu stossen. Wenn ihr das weh macht im rechten Knie. Machen ihr die Varianten auf dem Rücken liegend. Es sollte keine Knie-Dehner-Pose sein. Es ist eine Dehnung für das äussere Gesäß. Dort müsst ihr eine Dehnung spüren. Wenn ihr es im Knie spüren. Und schon nur ein Druck ist zu viel. Machen ihr die Varianten auf dem Rücken liegend. Wenn ihr okay seid. Lasst euch die Hände vorne abstellen. Und den Oberkörper absenken. Nach vorne. Und auch hier bei der Taube gibt es verschiedenste Varianten. Wenn ihr das vordere Bein noch mal auskorrigieren wollt. Macht eure Wohlfühltaube. Haltet immer noch die Atmung vertieft. Nehmt die Hände wieder zurück unter die Schulter. Und gehen auch hier langsam raus. In einen Hund, der gegeneinander schaut. Geht jetzt mal gar nicht zu fest in Bewegung. Nehmt einfach mal vor die linke und die rechte Seite. Vielleicht fühlt es sich jetzt gerade etwas unausgeglichen an. Nachdem wir die zweite Seite gemacht haben, ist es hoffentlich wieder etwas balancierter. Einziehen das linke Bein hoch. Und mit der Ausatmung stellen wir den Fuss führen. Zwischen die Hände. Und dann krabbeln wir über nach rechts. In die zweite runde Prasarita. Was sich die Regine gewünscht hat. Diesmal die Hände hinter dem Rücken verschränken. Zuerst. Geht die Schulter zurückrollen. Mit der Ausatmung auch hier wieder in die Vorbeuge hineinkommen. Wenn ihr jetzt merkt, dass es zu intensiv ist. Mit den verschränkten Fingern. So macht ihr die Hände wie vorher abgestellt. Auf dem Boden oder auf dem Block. Und dann langsam die Finger lösen. Und mit den Händen wieder weg von euch laufen. Nach vorne. In die halbe Hund Variante mit dem Oberkörper. Sehr gut. Und dann greift die rechte Hand zum linken Fussgelenk. Beugt den rechten Arm auch ein wenig. Sehr schön. Und dann sucht ihr auf der ganzen Seite. Auf der linken Seite die Öffnung zu finden. Vielleicht die Finger etwas weiter nach vorne krabbeln. Vielleicht noch etwas mehr nach. Beugt den Fussgelenk hinzuziehen. Zu dem linken Fussgelenk. Eben Beugen öffnen. Füße stossen immer noch gut im Boden. Beißen immer noch aktiv. Und krabbelt dann nach vorne wie ein Läufer. Vor dem Rennen. Beugen das linke Bein. Drehen die Zehen nach vorne. Könnt ihr eure Blöcke zur Hilfe nehmen. Stellt das rechte Knie ab. Auf der Matte doppelt gefaltet. Oder auf der Decke. Was auch immer. Das Begge zuerst einmal hinteren. Über das rechte Knie. Die linken Zehen weglüpfen von der Matte. Krabbelt mal mit der linken Fersen. Und dann überprüfen. Der halbe Spagat. Oder wenn ihr möchtet weitergehen. Das linke Bein ein wenig weiter nach vorne versetzen. Hanumanasana. Und meine Lieblings-Hanumanasana-Pose. Genau. Und auch hier ist es ganz, ganz häufig. Das links und rechts nicht gleich gut gehen. Wir vergleichen es gar nicht mit der Seite vorhin. Sondern auch hier wieder neu einchecken. Bis wo kann ich gehen. Dass ich schmerzfrei die Pose ausführen kann. Ohne hastige Bewegung. Die Hände auf der Matte. Langsam Gewicht in die Arme gehen. Die hinteren Fuss aufstellen. Das linke Bein hinteren. Und aufziehen. Hier auch kurz ausschütteln. Wenn ihr das möchtet. Genau. Und mit der Ausatmung führt das linke Knie zum linken Handgelenk. Und kommt in den Tauben auf die zweite Seite. Dann findet ihr die unter euch wieder ein. Wenn ihr jetzt ein bisschen auf die linke Seite rauskippt. Ist das okay. Und auch hier. Wenn die eine Variante jetzt auf dem Rücken besser ist. Machen sie auf dieser Seite auf dem Rücken. Auch hier unten auf beiden Seiten gleich. Und fangen dann an. Wenn ihr okay seid. Nach vorne ab. Lehen. Genau. Was euch helfen kann. Ist wenn ihr den linken Fuss flexet. Und den Unterschenkel und den Oberschenkel fein in die Matte rein presset. Das würde euch nicht weh machen im Knie. Ganz ganz wichtig bei der Pose. Und seht ihr auch ehrlich zu euch selber. Es lohnt sich nicht. Machen ihr wirklich lieber die Varianten auf dem Rücken. Und habt genau die gleiche Dehnung. Und das was wir erreichen wollen mit der Pose. Ohne dass das Knie strapaziert wird. Und dann kommen wir dran durch. Langsam raus. Und gehen zurück in den Hund, der nachher schaut. Und schauen. Ob links und rechts jetzt wieder einigermassen ausgeglichen sind. Sehr gut. Eine letzte kurze stehende Sequenz. Schauen. Führen zwischen die Hände. Beugen die Beine. Ausatmen. Führen laufen oder springen. Schön. Einsatmen lange Wirbelsäule. Ausatmen lösen. Einsatmen stehen auf. Ziehen die Arme über die Seite hoch zu der Decke. Ausstufe. Bergposition. Okay. Kim kann sich vielleicht zur Kamera drehen. Dann sieht man es besser. Dann bringen wir das Gewicht ins rechte Bein. Wir kommen in den Baum mit dem linken Bein in der Luft. Genau. Wir greifen das Fussgelenk und platzieren den Fuss innen am rechten Bein. Kim hat jetzt den Fuss oben am Knie. Wenn das nicht zugänglich ist, können wir den Fuss auch weiter unten platzieren. Wenn ihr am Knie die Hände in Gebetsstellung habt. Oder wenn ihr die Arme aufstrecken möchtet. Wenn ihr die Balance habt. Das ist der Baum für Saskia. Genau. Die Buchspannung behalten. Das rechte Gesäß aktivieren. Jetzt könnt ihr mit der Hand mal das Knie greifen. Genau. Und lösen den Fuss und ziehen einfach mal das Knie hoch in Richtung Schultern. Genau. Die Variante ist absolut okay, wenn ihr bleiben wollt. Heidi hat sich noch eine weitere Pose gewünscht. Wenn ihr ein bisschen weiter geht. Ihr könnt jetzt auch mit dem linken Finger die linke Zehe greifen und vielleicht das Bein ausstrecken. Und den rechten Arm auf die Seite ausstrecken. Utthita Hasta Parangustasana 2. Genau. Probieren. Auch das wird nicht bei allen aussehen wie bei der Kim. Ich kann euch trotzdem gut fühlen. Lernt euch nicht euer Wohlfühlgefühl nehmen, wenn ihr nicht so aussehen wie bei der Kim aussehen. Alright. Und dann langsam lesen. Kurz alles ausschütteln bevor wir auf die zweite Seite gehen. Schütteln. Okay. Linke Fuss gut verankern. Rechte Fuss in den Baum nehmen. Mit der rechten Hand das Fussgelenk greifen. Unterstützen. Und dann etwas hartes oder offen ziehen zur Decke. Was auch immer. Genau. Und dann einen kurzen Moment einfach hier bleiben. Stabilität und Balance finden. Dann greift ihr mit der rechten Hand euer Knie. Zuerst mal offen zu den Schultern. Und wenn ihr wählt, vielleicht bleibt ihr einfach hier. Oder vielleicht greift ihr eure grossen Zehchen mit den Piesfingern. Und macht ihr den Ring zu mit dem Daumen. Und zieht die linke Arme auf die Seite. Vielleicht sogar ein Mudra. Genau. Und dann immer noch gut in den linken Fuss rein stossen. Stossen. It's done. Lösen. Und schütteln. Yes. Alright. Gut. Wir setzen uns auf die Matte. Kim kann immer noch nach vorne gerichtet bleiben. Okay. Wir haben noch Alena, die sich den Kompass gewünschen hat. Muss nehmen. Und Kim hat auch. Und Maria. Und Maria auch. Okay gut. Es gibt also ganz viele Leute, die sich den Kompass gewünschen haben. Also. Wir nehmen das rechte Bein mal so wie in einen Schneidersitz. Und das linke Bein in ein Halbsabby Baby zuerst mal. Nehmen die grosse Zehchen. Und führen das Knie Richtung Achsel. Höhe. So. Pass rechnen. Okay. Halt mal den Fuss. Mit der. Äh. Von hier. Mit der raussens. Mit der rechte Hand. Sorry. Ist schwierig. Auf die raussenkante, auf die linke Fuss. Okay. Der linke Arm geht in den Unterdäuren. Yes. Und halb die Waden. Und dann versuchen jetzt mal das Knie zu der Schulter zu bringen. Und das braucht ein paar Momente, das müssen wir hinten hoch, hinten hoch, das braucht ein paar Mal, bis das geht. Und jetzt hier, drückt euch nicht in etwas hinein, denkt an das Thema, keine Schmerzen. Okay, ihr könnt hierbleiben. Wenn ihr weitergehen wollt, streckt ihr jetzt die linken Fingerspitze runter, auf den Boden, streckt ihr Arm aus und dreht eure Brust über nach rechts. Dann versucht nicht zu fest reissen mit diesem Arm. Niemand sollte sich jetzt anfühlen, als würde irgendetwas, ein nächstes Platz haben oder so, sondern wirklich probieren, es sanft zu machen. Das Bein muss auch nicht ausgestreckt sein, es sollte euch auch in der Schulter jetzt nicht weh machen. Und dann auch hier, wie ihr beim Rauskommen habt, lasst euch die Zeit, langsam, langsam wieder abbauen, das Ganze. Schön. Und dann gehen wir auf die zweite Seite, nehmen den rechten Fuss in ein halbes Happy Baby und dann bringen zuerst einmal das Knie in Richtung Achselhöhe. Genau, dann heben dann mit der linken Hand die Aussenkante vom rechten Fuss und heben die Waden. Genau, und dann versuchen, euch die Schulter wie unter das Knie drunter zu bringen und das Knie hinter die Schulter zu führen. Ja, und das müssen wir so ein paar Mal machen. Yes, genau, lebt euch Zeit. Vielleicht stellen ihr dann die Finger ab und fangen an, euch aufzudrehen nach links. Vielleicht streckt ihr das rechte Bein ein bisschen aus, vielleicht streckt ihr das Ganze aus. Schön. Okay. Und dann langsam das Ganze auflösen. Alright. Dann haben wir noch ein Gruppchen von Leuten, Natalie, Sabrina, was ich Umkehrpositionen gewünschen habe. Wir geben euch jetzt ungefähr zwei Minuten Zeit, wo ihr einfach wählen könnt, was ihr machen wollt. Vielleicht habt ihr zu Hause eine Wand, wo ihr könnt anzugehen und wenn ihr einen Kopfstand oder einen Handstand dran machen wollt. Vielleicht, und das kann die Kinder vielleicht kurz vor Ort zeigen, bleiben ihr auf der Matte und nehmen einen Block oder ein Buch. Und wir gehen in einen unterstützten Schulterstand. Ihr laufen das Becken weg, nehmen den Block und das Becken drunter und ziehen dann einfach die Beine auf, Richtung Decke. Das muss man im Moment können, die Beine nach oben ziehen, genau, den Blutfluss können umkehren, die Arme können einfach links und rechts vom Oberkörper liegen lassen. Ihr müsst die Füsse auch nicht zusammenbringen, können sie Hüftbreit lassen, die Knie können auch ein bisschen beugt sein. Und im bleibenden Moment einfach in eurer Option, die ihr gerade habt. Die, die an der Wand sind oder nicht mehr auf ihrer Matte können langsam wieder landen und den Weg zurückfinden auf die Matte. Die Füsse, die an der Matte sind, können auch die Füsse langsam auf die Matte abstellen. Wir treffen uns alle auf dem Rücken liegen. Und wir sind ready. Ist schon Wasser noch? Nein, für dich ist schon Wasser noch eine Lieblingspose. Dann wird die Füsse ein bisschen breiter als Hüftbreit, ahn links und rechts vom Oberkörper mit den Handflächen hochgerichtet. Vielleicht die Schultern, nochmals ein bisschen anbeziehen. Genau, dann wird die Augen schliessen und bevor wir abtauchen ins Wasser nochmals überprüfen. Dann wird wirklich die Spannung loslassen können, auch beim Gesicht. Auch die Zunge, die einfach schwer im Mund liegt, entspannt. Und dann nehmen wir noch einmal eine tiefe Einatmung. In einem kurzen Moment den Atem halten. Und dann mit offenem Mund lösen. Und jetzt wirklich alle Spannungen, die wir aufgebaut haben, in diesem Flow, völlig lo go, ich komplett hege in den Boden. Auch die Atmung ganz natürlich jetzt fliessen lassen. Wir bleiben jetzt so lange in dieser Position liegen, wie es für euch stimmt. Wir hoffen, dass sich der Feel-Good-Flow gut anfühlt. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von euch. Hoffentlich bis bald.